Aber ich sehe ja noch keine Tür. Ja, daran arbeite ich noch. Okay, dann lasse ich eben kurz meinen Lift kopieren. Gott. Jetzt kommt das genialste der Welt. Okay, ich gehe jetzt eben kurz in die andere Welt. So. Jetzt muss ich gehen, gehen. Ja, es tut mir ja nicht leid. Warte, ich kann dich eben in meine Welt einladen und zeige dir, dass der Fahrstuhl funktioniert. Cooler. Das war ziemlich gut. Okay, warte, ich lade dich eben ein. Ach ja, das muss man ja so machen. Währenddessen gucke ich deinen Stream. Echt? Lange Pause und trotzdem wieder erkrankt. Ich will dich einladen, so. Ja, weil ich jetzt irgendwie... Es ist so unnötig, wenn ich deinen Stream gucke. Ja, richtig. Warte kurz. Ich gucke mir gerade die Werbung an. Warte eine Minute. Mein Fresse. Warte, wieso ist von deinem Stream immer AX-Werbung? Weiß ich nicht. Werd mal auf, es wäre dein Partner von X. Nee, ich mag X nicht mal. Jetzt geh auf Exit. Ich mag X aber gar nicht. Egal, dir zeig mal, wie der funktioniert. Was machen die kleinen blauen Motoren da? Watt. Wo erklärst du mir das jetzt? Was? Die kleinen blauen Motoren da machen und lass den Hufen runterfahren. Guckst du gerade den Streamen oder was? Ah, sie gerade hat mich eine Stream lagged. Ich hab dich schon eingeladen. Ja, hab ich jetzt abgelehnt. Echt? Du hast mich abgelehnt. Ja. Mann, bist du blöd. Also schick nur mal. Mann, Mann, Mann. Danke. Was machen die kleinen blauen Motoren, die du auf dem Motor... ...hä? ...stehen hattest? Was macht, dass alles gleichzeitig hoch und runter fährt? Dachwass. Loh? Loh. Du bist jetzt da. Kommst du jetzt endlich mal? Du bist jetzt endlich da. Wo bist du denn? Ich seh dich gar nicht. Ich seh dich gar nicht. Ich seh dich echt nicht. Warte. Ich seh dich echt nicht. Wieso ist das hier so schön gebaut? Ich hab dir voll viel Mühe gegeben. Ach da. Weil ich das ausprobiert hatte. Guck, wenn ich da jetzt draufdrücke, fahr ich nach oben. Wenn du da nochmal draufdrückst, dann fahr ich wieder nach unten. Was ist... Das sind logische Gatter. Brauchst du nicht verstehen, das ist kompliziert. Das sind logische Gatter, die sind auch in deinem Computer drin. Ich bin richtig gut in Mathe und so. Das hat nichts mit Mathe zu tun. Oh. Das hat was mit Logik zu tun und meistens mit Technik. In Technik finde ich auch gut. Und in Chemie auch und in Logik. Ja, aber Chemie hat damit nichts zu tun. Guck, wenn du zwei... Wenn du einen Stromkreis auf hast... Jawohl, das kann man damit nicht vergleichen. Das ist nur ein Anschauungsmodell, um zu zeigen, dass das Ganze hochfahren kann. Warte. Nein, was machen diese Gates? Ist die wie bei Minecraft? Nein. Eigentlich nicht, nein. Also ja, im Prinzip schon, aber schneller. Sehr viel schneller. So, jetzt darfst du ja mal hochfahren. Bei Minecraft habe ich immer Rackstone Gates gebaut. Ja, richtig. Das ist das Gleiche, nur in schneller. So, jetzt fahre ich hoch. Wow. Krass, oder? Wow. Ja, du bist ja auch echt ein Bob. Weißt du, ich bin da noch nie runtergefallen. Nein, die Schranke ist schief. Das heißt, wenn man nicht gerade ausfällt, fällt man... Du kommst hier mit drauf auf die Schranke. Du kommst hier mit drauf. Ich soll hier mit drauf? Ja. Ja, es wobbelt ein bisschen. Aber sonst... Es ist Vector Barnaby. Es wobbelt halt ein bisschen. Da hätte ich noch was gebaut, aber es geht hier auch nicht darum, dass das Ding das perfekt kann. Du darfst auch nicht drauf sitzen, während das Ding hochfährt. Du Idiot. Ja, aber das ist mein Plan. Wir haben ja oben vorbeifahren. Ja, nee, du musst schon absteigen, sonst funktioniert das mit der Physik da nicht. Nee, nee, das soll aber funktionieren. Ja, ist mir doch egal, ob es so funktionieren soll, wie du dir das vorgestellt hast. Alter. Was ist denn falsch mit dir? Ernsthaft, was ist falsch mit dir? Du sollst dann nur hochfahren. Mehr nicht. Dann absteigen. Ja, okay. Ja, weiter. Ich kann dir hier auch eine Schranke hinbauen, wenn ich das zufrieden mache. Ja. Dann kann ich nämlich die ganze Zeit dagegen fahren absichtlich. Wenn ich nicht unterfalle. Du musst ein Stück zurückfahren. Noch ein Stück. Nee, warte, jetzt geht's. Tinten baue ich dir auch fast dran. Nein, 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 nein. Das ist langweilig. Mach weiter. Meine Güte. Als als ich das vorhin getestet habe... Oh, mein Ferrari geht's hin. Weißt du, ich sag noch extra, steig ab. Zehnmal sag ich dir das und du steigst einfach nicht ab. So, jetzt gehst du da runter. Nein, der funktioniert auch, wenn ich stehe. Ich zeig dir das. Nein. Du musst nur mit hoch. Warum muss ich mit hoch? Damit du von mir wieder die Schranke abbaust. Nein, baue ich die Schranke selber ab. Siehst du, wie smooth das war? Hey, du bist echt ein Bob. Weißt du, ich sag nicht umsonst, du musst absteigen. Ja, okay, ich hab's verstanden. Ich lass dich da jetzt liegen, sonst lernst du daraus nichts. So, ich fahr jetzt alleine hoch. Nein, warte, warte, warte. Bäm. Man wobbelt halt ein bisschen. Das Ding hab ich auch eigentlich als Personenlastwagen im Prinzip gebaut. Wieso habt ihr das getan? Hm? Wieso? Damit ich schnell hochkomme. Ohne Auto, denn es ist ein Baumhaus. Aber ich hab echt lieb, als wäre ein Autolastwagen gebraucht. Also hab ich ja angefangen, das zu bauen. Ja, dann baue du halt da hin. Ich baue einen, der schnell ist, okay? Nein, wir behalten den so. Dann sollen wir einfach nur Autos rein können. Ich kümmere mich auch um die große Tür und so. Du kümmert mich auch um die große Tür und so. Weißt du, das Problem ist, das Ding ist zu... Weißt du, was lustig ist? Jetzt bleibt's oben drauf. Aber ich nicht. Ja, der Fahrstuhl mag dich einfach nicht. Also ich stehe ja oben mit dem Teil. Ich sag doch, als ich das getestet habe, hat das super funktioniert. Reicht's mir. Ja, ich glaube auch. Ey, hör auf damit. Ich muss das noch speichern. Ey, du hast das Teil kaputt gemacht, du Idiot. Ich hab's doch anschweißen. Ich hab nur einen Block geklaut. Du Idiot. Ey, nee, ich hab keinen Bock mehr mit dir zu spielen. Stream ist vorbei. Was? Ich referiere das. Nein. So. Ey, ich hab keinen Bock mehr auf dich. Geh nach Hause. Das war's. Das war's.